Svenigorod Svenigorod ist eine russische Kleinstadt in der Oblast Moskau, rund 50 Kilometer westlich der Hauptstadt Moskau. Die Stadt liegt in einer von der Hügelkette gebildeten malerischen Landschaft am Fluss Moskva. Svenigorod ist eine der ältesten Städte der Moskauer Umgebung. Gegründet wurde sie vermutlich Mitte des 12. Jahrhunderts von Yuri Dolgoruky, dem Gründer Moskaus. Anscheinend wurde die Stadt genau damals von Siedlern die Leuten der Stadt genannt. Das Stadtwappen enthält bis heute die Abbildung einer Glocke, auch wenn Svenigorod selbst weder durch Herstellung noch durch Leuten von Glocken bekannt ist oder war. Erste schriftliche Erwähnungen des Ortes stammen jedoch aus dem Jahre 1339. Die Hauptsehenswürdigkeit von Svenigorod ist das Savastoroszewski-Kloster am Ufer des Flusses Moskva. Dieses Mönchskloster mit den meterhohen, massiven Steinmauern wurde bereits im Jahr 1398 vom Mönch Sava, einem Schüler des berühmten russischen Heiligen Sergius von Radonisch, gegründet. Die Ikonen in den zu jener Zeit entstandenen Kirchen Svenigorods wurden von Andrei Rublov, einem damals noch recht unbekannten Ikonenmaler, erschaffen. Das Savakloster sieht ausgesprochen feierlich aus. Das Zentrum des Klosters bildet die Mariegeburtkirche, in der die unversehrten Gebeine des ehrwürdigen Savas aufbewahrt werden. Einen Kilometer vom Kloster entfernt befinden sich eine heilige Quelle und die Höhle, in welche sich der ehrwürdige Savas zum Beten zurückzog. Nach der Oktoberrevolution 1917 wurde das Savakloster von den Bolschewiki enteignet und in ein Museum umfunktioniert. Erst Anfang der 1990er Jahre wurde das Kloster der russisch-orthodoxen Kirche zurückgegeben und wieder als Kloster genutzt. Durch nahezu fehlende Industrie, gepaart mit landschaftlich attraktiver Lage an der Moskwa, wurde Svenigorod und sein Umland zu einem beliebten Erholungsort, der auch zahlreiche Landschaftsmaler, darunter Isaac Levitan, inspirierte. Man nannte die Gegend sogar eine russische Schweiz. Mit einer langgezogenen Hauptstraße, einer Vielzahl an kleinen Kirchen und einem altehrwürdigen Kloster ist Svenigorod ein beliebter Ort für Moskauer, die ein ruhiges Wochenende an der frischen Luft verbringen möchten. Ja, das war's.